Es wird Sommer in Norwegens Bergregionen. Friedlich wandern die Moschusochsen durch die Bergtundra. Doch die Stimmung unter den Tieren kann jederzeit kippen. Denn im Juli beginnt die Paarungszeit. Bullen, die eben noch Seite an Seite gegrast haben, werden zu Konkurrenten. Moschusochsen kämpfen Kopf gegen Kopf. Zehn Zentimeter Horn und eine siebeneinhalb Zentimeter dicke Schädeldecke müssen sie jetzt schützen. Es ist das härteste Aufeinanderprallen zweier Rivalen im Reich der Säugetiere. Die Säugetiere Die Säugetiere Ist die Saison zu Ende, beruhigt sich die Stimmung. Bis auf kleinere Hierarchiekämpfe leben auch die Bullen wieder Seite an Seite. Die Säugetiere Die Säugetiere Die Säugetiere Die Säugetiere